Ein super Rennen, Freunde da, Familie da, was ist das für ein Gefühl, wenn man weit weg von zu Hause ist und alle da sind und einen feiern? Ja, ist perfekt. Ich kann es noch gar nicht richtig fassen, aber hier auf der Birds of Prey Weltmeister zu werden, ist etwas vom Schönsten, was es gibt. Das ist eine sehr anspruchsvolle Piste und in der Abfahrt Weltmeister zu sein, das ist das Beste, was es gibt. Im Dezember hatte ich ein bisschen Pech, aber sonst fühle ich mich sehr wohl und ich fühle mich auch wohl hier in der Arlberg Lech Lounge. Ich werde jetzt vielleicht Doppelbürger von Lech noch. Ja, du bist also jederzeit bei uns. Herzlich willkommen. Ja, Beat, die Arlberg Lounge heute in der Früh ist so der Platz zum Skischuhe anziehen, zum Rennen hinauffahren und jetzt dieser Empfang. Ja, fantastisch. Also schon immer in der Früh ist man wirklich herzlich willkommen da in der Lech Lounge. Ja, und jetzt natürlich mit der Medaille umso schöner wieder da herzukommen und die Schweizer Medaillen zu feiern. Ja, und diese Strecke, glaube ich, die hat es so in sich, eine der schwersten Strecken der Welt und es scheint, als ob sie dir sehr gut liegt. Ja, sie liegt sicher mir sehr gut, aber ja, so wie man heute gesehen hat, den ganzen Schweizern passt es sehr gut. Ja, ich glaube, Patrick Küng und ich sind beide überglücklich, dass es zu einer Medaille gereicht hat, bei ihm sogar zum Titel. Ja, ich glaube, Patrick Küng und ich bin auch sehr gut. Ja, ich glaube, Patrick Küng und ich bin auch sehr gut.